Der älteste Mensch der Welt ist tot. Die Japanerin Misao Okawa starb am Mittwoch in einem Pflegeheim in Osaka. Vor wenigen Wochen noch feierte sie ihren 117. Geburtstag. Okawa wurde 1898 in Osaka geboren und lebte in drei Jahrhunderten. Laut dem Guinness Buch der Rekorde war sie damit der älteste Mensch der Welt. Wie japanische Medien berichteten, war Okawa nie ernstlich krank. In Japan gibt es offiziellen Angaben zufolge fast 60.000 Hundertjährige. Der älteste Mensch der Welt ist nun die US-Amerikanerin Gertrude Weave, die im Juli 117 Jahre alt wird.